Einen wunderschönen Todes Tag, man zieht euch. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich in meinem Auto. Es ist ganz allein mein Auto. Und werde mich jetzt durch den Regen, der gerade zum Glück aufgehört hat, auf den Weg machen zu meiner Arbeit. Und ihr werdet mich dann begleiten. Ich habe lange nicht mehr geschlafen. Schaut mal, es hat angefangen zu regnen. Ich stehe jetzt schon seit 5 Minuten an dieser Ampel und nichts bewegt sich. Ich hasse Autofahren. Nach gefühlt 20.000 Jahren bin ich jetzt auch mal da angekommen, wo ich hin wollte. Nämlich zu meinem Arbeitsplatz, der wahrscheinlich nicht mehr mein Arbeitsplatz ist, wenn ihr dieses Video seht. Nach zwei Wochen bin ich hier und das Video kommt wahrscheinlich erst später raus. Moment, ich muss... Das ist das Zug in Düsseldorf. Wer hätte das gedacht? Vielleicht kennen das einige von euch. Ich weiß ja nicht, wo ihr so herkommt. Und mal schauen, wie es heute so wird. Hier riecht es richtig lecker. Heute ist Montag und dienstags ist hier immer spanischer Abend im Sommer. Und dann kochen die Tapas und die machen das immer schon Mondscheiß und bereiten das alles vor. Das ist voll die Weile. Heute ist schon lecker. Hier kommt mein Main Arbeitsplatz. Na ja, nicht wirklich Main, aber ein Arbeitsplatz, an dem ich nicht wirklich viel aufhalte, der Plakat drauf. Und das sieht so wundervoll aus, weil irgendwer alles selber weggeschmissen hat in die Ecke. Und ich weiß nicht warum. Also normalerweise ist hier ein bisschen mehr Ordnung. Aber genau heute, wo ich einfach mal mit der Kamera komme, haben sich alle entschlossen, ein bisschen Online zu machen. Also wir bekommen jeden Tag so mindestens drei neue Plakate. Und die müssen halt verstaut werden. Und es ist so wenig Platz hier, weil es sind inzwischen einfach Plakate angekommen, die für Januar 2015 oder so erst... Und ihr müsst euch vorstellen, das Tag hat im Monat so viele Veranstaltungen. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich es echt nicht weiß. Es ist unzählbar. Und bestimmt 20 oder so davon haben im Monat alle eine Plakate, die wir hier haben. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, es ist jetzt... Jo-Juli. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon August. Dann haben wir von Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar... Ungefähr... Oh Gott. Das habe ich noch nie ausgerechnet. Es sind ungefähr 140 Plakate hier. Crazy. Ja. Meine Aufgabe ist es dann, hier so Wischer zu erstellen. Die kennt ihr wahrscheinlich, die Kleinen halt so auf den Plakaten drauf. Das gibt es überall, bei jedem Veranstalter, wobei eine Situation draufsteht. Und dann mache ich die fertig, dann beklebe ich die alle und schicke die raus und dann hänge die im Haus auf. Ja. Das ist so eins meiner Dinge, die ich hier jeden Tag tue. Hallo. Hallo. Hier sind die Handkippe auf der Steck. Ja. Nachher kommt noch eine coole Band. William Fritz Summons. Der hat so einen richtig geilen Bart. Und vielleicht kriege ich den ja auch mit drin. Ja. Einen einfach. Hä? Gut. Eigentlich bist du. Was? Was will er? Ich glaube, ich werde einfach die Musik ausmachen. Er sagt, ja macht das, sei ein gutes Mädchen. Hau. Was ist denn ordentlich? Musik aus? Nein, es sei ja nie egal. Okay. Wer hat ihr übrigens heute gefilmt, meine lieben Laura. Bist du eine Lieblingspraktikantin? Wir sind beide die coolsten Praktikantinnen, die das Taki gesehen hat. Und jetzt filmst du mich bei meiner tollen Tätigkeit und ich bringe jetzt Plakate ins Flyerregal. Das ist der Rest von uns. Da ist die Christine. Da ist die Christine. Und da ist auch der Gito. Und den Rest kann ich von hier nicht erkennen. Und die essen. Guck mal die da, die essen einfach. Und ich hab richtig Hunger und ich hab vergessen mehr Brot heute mitzunehmen. Ich fahr vielleicht gleich zu McDonalds. Gito, guck mal, dann tue ich die beiden Hübschen mal davor. Der ist schüchtern. Die sind dann bescheuert. Das ist Salami. Der ist voll geil. Das ist Salami. Die Kamera ist kaputt. Wie prepariert du mich nachher? Willst du weiter? Die Mama! Ja. Wie hast du? Ich hab keine Führerregel. Wie du hast keine Führerregel? Genau! Ich hab keine Schuhe gefangen. Ich hab keine Waffe. Das muss ja keiner wissen. Warum hast du denn keine Führerregelung? Ja, ich dieses Jahr... Wie machst du das dieses Jahr? Nein, ich hab ein Paarmal angefangen aber... Was, drei Mal? Ja ein paar mal habe ich angefangen aber nie zu Ende gebracht, habe ich nie ernst genommen, weiß ich nicht. Ja das kostet voll viel Geld, musst du auch fertig machen. Ja diesmal mache ich halt. Ja diesmal mache ich dann. Was willst du da haben? Ich will was zu essen, einen Burger. Ich habe richtig Hunger. Was willst du da für einen Burger? Ich mache einen Chicken Burger, die haben so einen Krispy Chicken. Ja, gib ich dir auch. Das ist der beste Burger, den es gibt bei Burger. Du kommst es aber zwischendurch öfter mal besuchen, oder? Ja auf jeden Fall komme ich euch besuchen. Auf jeden nicht. Jeden Donnerstag, weil jeden Donnerstag gibt es hier nämlich Sekt. Dann komme ich immer Donnerstag zum Sekt trinken. Auf recht hat Spaß, ne? Olli. Ja. Hey. Hallo. Hallo. Guido. Kannst du mal die Waffe wegnehmen? Hm? Ne, mach den Olli gut nass. Ich merke das nicht. Ne, nicht mit dem Piss, was habe ich ausgekippt, das ist leer. Bist du sicher? Ja. Hallo übrigens. Sag mal Hi. Hallo. Wie fandest du denn meine Arbeit so bisher? Ja, anfänglich ein bisschen schwächlich, aber du hast dich gut gesteigert. Ja, das wäre jetzt voll schleimig und sagen würde, ey du hast voll abgefallen. Das halte ich jetzt genauso rein, dass du nur was sagst, ne? Ja. Sie war stets bemüht. Sie hat sich sehr gut gemacht, sie hat sich sehr gut ins Team eingefunden und war eine Bereicherung für das Haus. Oh, das ist schön gesagt. Ne? Sind wir alle traurig, dass ich gehen muss? Sie sind alle traurig. Ja, ich bin auch traurig. Ich bin sehr gespannt auf deinen weiteren Werdegang und werde das mitverfolgen. Ciao. Ja, auf YouTube? Auf YouTube. Ja. Die Laura ist immer die, die sitzt hier immer bis, die kommt als erstes und geht als letztes oder vielleicht kommt sie auch, also geht vielleicht gar nicht, vielleicht ist sie einfach 24-7 einfach hier. Die arbeitet immer. Armes Ding. Die ist richtig fleißig. Also Laura ist richtiges Arbeitstier. Die mag das aber auch. Die steht da drauf und arbeitet. Das ist dann der schöne Teil am Tag arbeiten, wo wir Laura leben. Wenn wir dann hier stehen können und den Leuten beim Soundcheck zugucken, die einen langen Bart haben. Wer hat wirklich einen langen Bart? Das ist ein Bart. Und das ist immer ganz witzig. So habe ich zum Beispiel schon Fritz G gesehen. Oder Genetic. Oder bald sehen wir hier Maximofark. Das wird ganz witzig. Das ist jetzt der Fitz, der auf dem Boden sitzt. Das hat sich fast gereimt. Das ist dann Backstage. Hier geht immer richtig die Party an. Ich weiß auch nicht warum, aber wir haben hier dann leckeres Catering mit Snickers und Make-you-Way. Also normalerweise ist so richtig viel Moose. Dann sind hier Leute und dann stehen da draußen von diesen Dingern. So Kisten und so und alle sind voll geschäftig und jetzt? Hä? Alles ist doof, wenn ich filme. Alles ist unordentlich. Irgendwann mit der Karte und hier ist die Klu. Wie sieht das denn da die Haare aus? Ich denke mal ein paar Leute kennen das auch. Und wie sieht das dann auch, wenn man hier auf der Bühne ist? Bevor hier irgendwer drin ist. Und dann sind alle immer ganz busy busy und reden nicht mit einem. Alle schreien rum und weckern sich an. Jetzt kriegen wir sogar noch was geboten. Ich würde ja gerne mal sein Bad anfließen. Vielleicht schaffe ich das ja heute noch. Der Fynn ist ja. Der willige. Ich bin gerade rausgegangen und wir können jetzt hinterherlaufen. Und jetzt würden den Bad anfassen, aber ich trau mich nicht. Hi! Hey Leute! Jody, hey, Hi! Hallo, ich bin Laura. Laura, wie geht's dir? Ich will deinen Beard touchen. Ja, du kannst meinen Beard touchen. Das ist unglaublich. Es ist leicht, oder? Es ist wirklich leicht. Es ist wie eine Klaue. Wie sagt man Klaue auf Deutsch? Wolke. Eine Wolke. So einfach ist es, jetzt sind wir wieder Backstage. Diesmal eingeladen worden. Ganz ohne, dass die wissen, dass wir überhaupt arbeiten, haben die uns jetzt mit Backstage genommen und die wir haben. Prost. Prost. Hätte ich doch fast vergessen. Oh, meine Kamera bewegt sich. Eine Verabschiedung zu drehen. Oh mein Gott, was wäre passiert, wenn das Video einfach so zu Ende gewesen wäre? Oha, meine Kamera bewegt sich schon wieder. Ich sitze wieder im Auto, werde jetzt nach Hause fahren, hab gerade noch ein paar Plakate im Haus aufgehangen und so ein bisschen was gemacht, was jetzt aber nicht so spannend ist, um es euch irgendwie zu zeigen. Also wirklich einfach nur meine Arbeit getan. Und dann mit erschreckend festgestellt, dass es einfach schon halb sechs ist. Obwohl ich eigentlich nur so bis so halb fünf oder so arbeiten muss. Und jetzt fahre ich nach Hause und nehme noch ein Video auf. Ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen gefallen, dass ihr so ein bisschen gesehen habt, wie mein Tag so läuft, beziehungsweise wie er so lieb. Weil inzwischen, wenn das Video rauskommt, ist es wie gesagt leider nicht mehr so. Ihr habt ein paar meiner Kollegen kennengelernt, die Laura und den Olli und die anderen Leute alle. Und leider die Heike nicht. Hallo Heike, schönen Gruß an dich an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.